Der ist jetzt solcher Reed-Darts. Alter! Seit Wackettensteuerung eher für'n Flugzeug. Fahre der Fliege raus, Alter! Nein, weil ich wusste, dass er rauskriegt. Ich glaube, es ist so gut, dass ich mich alleine bin. Eigentlich muss ich auf Toilette, aber ich muss es mir verkneifen. Das hat gerade wen ausgenockt, wo das gab. Hinter uns wurde gelootet, ne? Hinter uns ist nur zwei aus. Hey, du bist oben am Auskuss direkt. Anna ist ausgenockt. Ich hab's gehört. Das kam voll verspätet, Anna. Der ist ausgenockt, Schuss. Ja, Anna kommt. Und der runterkrabbeln von oben, hast du das? Vom Dach oben rum? Ja. Damit, oder? Was ist... Da kann ich nicht krabbeln. Nope! Nope! Richtig, springen kann er es her. Headshot. Das war ja voll ein Headdy, oder? Ja, das ist nur höher, das ist nur höher. Oh! Holy shit! Hast du da Deckung gefunden? Ja, hab ich. Ja, da ist eins. Beim hinteren, bei der... Er ist dort? Ja, ja, perfekt. Ist das tot gewesen oder hast du den ausgenockt? Den haben wir ausgenockt. Ui! Wo war denn das jetzt? Der war ein bisschen weiter links, glaube ich. Ja, das Ding ist, ich hab nur noch Verbände. Ja, das ist ja auch nicht. Ein bisschen. Oh, das ist ausgenockt. Oh, du hast gerade unten dabei. Der I. Naja, hab ich gemacht. Prost, komm her. Komm her, komm her. Der Typ drüben wird gerätzt. Warte. Kaffee, komm her. Bist du Ego-Pass? Nein, nicht mehr. Ja, unten ist der... Wo? Unten am Boden. Tertschatt ist du. Ich hätte ja geschaut eigentlich. Rob ist entweder aufgeräumt. Der hat ein Mal geimpft. Habt ihr Granaden oder braucht ihr mich? Ich hab zwei. Wer ist das zu voll ab? Ich hab drei. Reich, danke ich. Und Rob? Was ist denn Rob? Nichts. Da ist ein Spieler. Hier rechts. What the fuck sehe ich? Auf der Brücke. Genau vor dir. Tim, stehen wir nicht so offen. Ah, ich sehe dich. Das ist ein Auto. Das ist ein Auto. Das ist ein Auto. Das ist ein Motorrad. Das ist ein Auto. Nichts. Okay, und du begann den Eltern. Ich hab noch einen Hilf von mir. Wenn ihr die Bordet haben. Hey, beide sind da! Ist das super? Ich hab nachgedrehen. Von der Brücke her vom DropBoss. Soll ich mal in der Sanitata? Das ist der Typ von Waffeln. Ja, ja. Probier. Ich hab einen ausknockt auf der anderen Seite. Ich hab den Waffeln jetzt geklid. Ich war Schüsse auf. Ich hab den Waffeln ja. Auf der anderen Seite auf der Brücke direkt. Ah, einen hab ich ausknockt auf der Brücke, Alter. Aber die Waffel macht ja richtig wenig Damage. Kann sein. Hit. Geh-Jag auf der Brücke. Mit einem vielmehr? Okay, ich hab den. Wir haben denixer, aber der Brücke. Geh-Jag. Man ist PC-Tab, wir haben den Waffe. ich muss mich einmal weil er keine Nades habe ich noch 5 Aber ich schreit Loinieren wir 2 Spieler Jetzt Clownieren Da, Feuerball Raus, der ist drin Hab einen Wir hauen den Nades rein Brauchst du mich? Bade dort Der geht hinten raus Alles leckt, WTF WTF gehört bei euch, oder? Ich dachte, der schießt durch die Wand Nein, das hat so gelaggt, Alter Ja, das will ich auch, Alter WTF Weil die alle Weil die alle Unterhalb von uns 2 Alle sind unter uns, perfekt Wir sind hier nicht in der Border Da unten ist der Uhr, als wir dem kleinen Arschloch und dem bescheiden Motorrad Gelegt wer Hast du ihn? Ja, haben Der lag hier einfach auf der Runde Ja, ja Herr Looting, der hat eine Weste für dich WTF WTF Ja, genau das war bei mir aus Alter, hast du es gerade nicht gesehen, Kröte? Ja, Mann, ich hab ihn zuerst trocken, Alter Alter, ich scope mit dem Vierer auf dem Boden und töte ihn und denke mir so, Alter Was ist er? Keiner hat eine Weste Ja, bei mir hat eine Weste Oh, die ist halt so gut wie kaputt Ja, dann war ich die eine, äh Loll, hier sind... Loll, guckt euch mal die Leichen hier an Die fliehen neben einem Einen Baum Ja, die werden halt auch für eine Weile Ach, das ist eine Leiche Ich hab ihn Durchs Auto Hinterm Auto Hinterm Auto Der, einer wird aus... einer Ich bin jetzt verzimmern Lass das Auto explodieren, wenn geht Da hast du jetzt glaube ich noch einen Spieler Drei Leute leben noch Drei Leute, ja Drei hat ich ausgenockt Drei Leute, das ist eine Die waren ausgenockt, heute Der wurde jetzt genockt Von hinten NOPE WTF Du holst die auf Von hinten, ein Schussabkrieg von euch oben Aus Waren die eingestiegen Zu Motorrad Zu Motorrad Zu Motorrad Zu Motorrad Wir müssen in die Border Die rennen hoch zu uns Die war da Da ist auch einer hinterm Haus Ich hab die Schuss Ich seh nicht vor wo 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 Nop Ja, wir haben keine Deckung Nop 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 er muss er kann ich an rechts 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 auch an dem hill auch an dem hill da wo du den anderen getötet hast ich hatte gerade fünf kills ihr sieben